Die Duisburger Verkehrsgesellschaft und die Stadt haben in dieser Woche mehr als 12.000 Fahrgäste in Bus und Bahn sowie an den Haltestellen auf die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Rund 1.100 Menschen in den Beförderungsmitteln hatten den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. 72 Fahrgäste waren uneinsichtig und mussten aus Bus oder Bahn verwiesen werden. Alle knapp 1.000 DVG-Kunden, die an Haltestellen wegen der Maskenpflicht kontrolliert wurden, folgten der Aufforderung der DVG-Mitarbeiter. Eine Missachtung der Maskenpflicht kann vom Ordnungsamt mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet werden. Die Zerstörung des Mörser-Alltagsmenschen ist vorsätzlich geschehen. Laut der Ermittlungsgruppe habe der 22-jährige Beschuldigte die Figur mit Absicht umgestoßen. Auch die Zerstörung der Figuren in Rheinberg dürfte in einem Fall aufgeklärt sein. Offenbar haben zwei 16-Jährige eine der Skulpturen zerstört, die im Stadtpark aufgestellt waren. Für die Zerstörung der vier anderen Figuren ist nach Polizeiangaben eine weitere Gruppe in das Visier der Ermittlungsgruppe geraten. Gesucht werden etwa sechs Jugendliche, die sich zunächst ab 23.15 Uhr im Bereich des Eingangs zum Rheinberger Stadtpark aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kamp-Lindfort entgegen. In der Hubertusstraße in Duisburg-Homberg ist der Startschuss für ein Neubauprojekt gefallen. Die Gebark hat hier mit den Vorbereitungen für ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus begonnen. 14 barrierearme Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen sollen entstehen. Die Wohnungen in der Hubertusstraße sind öffentlich gefördert. Man benötigt also zur Anmietung einen Wohnberechtigungsschein. Die Gebark investiert rund 3,3 Millionen Euro und rechnet mit einer Bauzeit von rund 15 Monaten. Am Freitag, den 24. Juli, jährt sich das Love Parade-Unglück zum zehnten Mal. Anlässlich des Jahrestages veranstaltet der Verein Bürger für Bürger am Vorabend die Nacht der 1000 Lichter. Am 24. Juli lädt die Stiftung Duisburg 24.07.2010 zu einem Gedenken am Mahnmal ein. Die Kalärstraße wird im Bereich des Tunnels am Donnerstag von 16 bis 23 Uhr und Freitag von 14 bis 22 Uhr für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungsempfehlungen werden ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich jederzeit passieren. Die Themenmarktreihe Duisburg ist echt delikat findet in der kommenden Woche als Kartoffelmarkt statt. Dreimal in der Woche, am 21., am 23. und am 25. Juli, wird sich die Duisburger City jeweils zwischen 10 und 18 Uhr in einen bunten Kartoffelmarkt verwandeln. Auch die Themenmärkte finden unter den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen statt. Auf den Duisburger Wochenmärkten gilt im Rahmen der Corona-Schutz-Verordnung die Pflicht zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung. Im Rahmen der Tourismuskampagne Duisburg ist echt entdeckenswert findet am kommenden Sonntag, den 19. Juli, der Hafenschnack mit Rolf und Mick statt. Rolf Köppen und Mick Hering beantworten Fragen zum Hafengeschehen und geben einen Einblick in die Geschichte. Musikalische Unterhaltung inklusive. Los geht es am Sonntag ab 11 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Überwiegend grau ging es heute in Duisburg ins Wochenende. Das startet am Samstag mit einem bunten Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Am Sonntag wird es wieder sommerlich schön. Die Wolken ziehen sich noch mehr zurück und es wird meist sonnig. Auch die Werte steigen noch mal ganz leicht auf bis zu 27 Grad. Die neue Woche startet am Montag wieder etwas wechselhafter. Die Wolken machen es der Sonne wieder etwas schwerer. Auch das Thermometer sinkt etwas auf nur noch maximal 21 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer! Die Duisburger Ordnungshüter blitzen am Samstag unter anderem auf der Großenbaumer Allee in Buchholz und auf der Otto-Straße in Marxloh. Baustellen behindern zum Beispiel in Beek den fließenden Verkehr. Hier gibt es Einschränkungen auf der Friedhofstraße. Die ist im Bereich zwischen der Straße am Rhönsbergshof und der Wernkenstraße vollgesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im August abgeschlossen. Und in Neumühl gibt es eine Teilsperrung auf der Bastenstraße. Zwischen Obermarksloher Straße und der Barbarastraße ist der Weg aktuell nur in Richtung Barbarastraße frei. Mitte August sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Studio 47 wünscht eine gute Fahrt und einen schönen Start ins Wochenende. Machen 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 Mhah